Also wir fokussieren uns wieder auf die Waden 3 und 4, Böhm und Krafcik. Beide sind gut weggekommen, Krafcik außen, Böhm innen und jetzt ist Jamila Böhm auch aggressiver an der Hürde und deswegen ist sie vorne, Jamila Böhm, Carolina Krafcik hält dagegen, Böhm vor Krafcik. Eine spannende Geschichte, man darf auch anfeuern, das sind zwei der besten zur Zeit in Deutschland über der 400 Meter Hürden, Krafcik und Böhm. Jetzt beide wieder gleich auf, vorletzte Hürde, jetzt Böhm vorne, jetzt kommt sie vorbei an der letzten Hürde und holt sich das Ding und auf jeden Fall auf meiner Uhr schneller als im ersten Lauf.